Ich freue mich richtig, dass ich heute hier sein darf, in Retz bei Otto Philipski, den ältesten Rapitler mit über 103 Jahren. Schauen Sie her, da bin ich heute in die Kabine gegangen und da haben alle Spieler unterschrieben und ich soll Ihnen das persönlich übergeben. Da sind alle Namen drauf, der Steffen Hoffmann, der Mario Sonnleitner, der Jan Nowoter, wie soll ich heißen und ich soll Ihnen ausrichten, dass wir uns freuen, wenn Sie bei der Eröffnung mit dabei sind. Danke herzlich, also das ist das Schönste, was ich noch erleben kann in meinem Leben.